Und da bin ich schon wieder mit Super Adventure Island auf den Super Nintendo. Ich werde aus dem Boss noch nicht schlau. Vielleicht gibt es da eine bestimmte Taktik. Vielleicht bin ich im letzten Part einfach noch zum falschen Moment weggerannt, wo sie diese Versteinerung, die er da gespammt hat. Aber naja, wir werden es schon irgendwie schaffen. Mhm, wow. Ich hoffe jetzt in diesem Part noch, aber nicht so, wenn jetzt hier schon mal so eine Scheiße kommt, ey. Okay. Okay. Ja, tschüss, Mann. Der ist schon wieder nicht durchsprungen. Was ist das denn? Okay. Komm her. Komm her. So. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. So, mit dem letzten Leben vor dem letzten Continue bin ich noch ins nächste Level gekommen. Jetzt hoffe ich einfach nur noch auf das Beste. Ich habe weder Bock, diese Welt nochmal von vorne zu machen. Noch habe ich Bock auf Safe States. Also da könnt ihr auch an die Wand klatschen. Und dieses Level hier ist sowieso nicht so ganz schwer. So, tschüss, Mann. So. Schon den Bomberant mitnehmen. Aber irgendwie erinnere mich diese Blöcke hier an Super Mario Bar 3. Kann das sein? So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. So. Ich beite mal schon den Bumerang. Und schaue, das Bild stimmt noch nicht, dass ich hier irgendwie das Bild zu hell habe oder so. Werde ich nach diesem Part auf jeden Fall gucken. Ansonsten muss ich da nochmal ran. Ich glaube aber nicht, das ist okay so. Wow! Oh, ich habe ein Leben bekommen. Und Bonus Game. Schade. Aber es lief besser als ich dachte jetzt. So, tschüss, Mann. Soll ich doch lieber die Axt nehmen für den Boss? Überlege ich mir noch. Ja, jetzt haben sie es doch genommen. Bei dem letzten Boss hat sie sich auf jeden Fall gut bewährt. Was? Futsch! So, und schweb! Ich glaube die Stacheln da unten können wahrscheinlich auch killen. He, 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 he. So, nicht mein Freund. Und, oder? So. So. Oh, schon wieder so eine Scheiße! Das ist doch Kartendreck! Das ist doch Scheiße! Kannst mich gar nicht treffen, hä? So, dann mal frisches Obst sammeln! Ja! Ach, das ist eine Scheiße! Scheiße! Also, ich werde wahrscheinlich noch Offscreen bis hierhin spielen, wenn es nicht klappt. Weil ich echt keinen Bock mehr auf diese Welt habe. Mein Gott! Oh, hör auf mich zu natzen, ey! Ohne Scheiß! Mann, Mann, Mann! Ich bin ja drüber... Mann! Ich bin nicht so ehrlich! Mann! 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 Ah nein, er braucht hier diesen Supersprung! Diesen Continuum sonst verschwendet! Ich bin so ne Affenscheiße hier! Treff ihn einfach, treff ihn einfach! Mann, 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 Mann! Dabei ist das Spiel gar nicht so schwer, aber das ist doch wieder meine eigene Schuld! Weil ich hier nichts gebacken krieg! Ich hab nur noch einen Ahnung, oder?